Und ein paar Fotos schießen. Genau. Wir haben uns drei von euch ausgesucht. Ihr könnt jetzt ein paar Fotos von uns machen. Wir können take some pictures. Sagt mal, gibt's eigentlich oder gab's mal so einen Tag, wo ihr am nächsten Tag in die Zeitung geguckt habt und gesagt habt, um Gottes Willen, das war ein hässliches Foto von euch. Ja, manchmal passiert das. Wenn wir ein bisschen müde sein, dann kann man das Bild sehen. Wie lange dauert dann so eine Fotosession bei euch? Wie lange ist die Fotosession? Zwei Tage. Zwei Stunden. Zwei Tage? Nee, das glaube ich nicht. Ein Foto will ich nachher auch haben. Ja, wo muss ich die Kamera machen? Wir machen diese Fotos natürlich nicht umsonst, denn wir machen diese Fotos für euch. Wir werden diese Fotos unter euch verlosen. Ihr müsst uns nur schreiben. Ihr kriegt natürlich auch Autogramme. Genau. Ihr schreibt einfach an den Tigerentenclub in 7051 Stuttgart unter dem Stichwort Caught in the Egg natürlich. Ja, und jetzt sagen wir nochmal alle ganz schön zum Lachen. Tigerente. Ich kann Präuse. Tigerente. 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 Natürlich werden Caught in the Egg noch gleich noch singen, ihre neue Single, aber vorher gibt's für euch die Vorschauen. Die Jungs von Caught in the Egg sind noch fleißig am Unterschreiben für euch Und die fertigen Fotos, die sehen dann so aus. So, und jetzt freut euch auf Court in the Act und Baby Come Back! So, und jetzt freut euch auf! 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 Vielen Dank.